Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich Ihnen die neue Fehlalarm-Erkennung in der Insta-Cloud-Plattform vorstellen. Dabei wird das Video, was Ihre Kamera in die Cloud hochlädt, nachträglich validiert und es wird geschaut, ob es sich um einen richtigen oder um einen Fehlalarm handelt. Um das Ganze in der Cloud zu aktivieren, können Sie, wenn Sie eine neue Kamera anlegen, wir machen das hier einfach einmal, dann können wir beim Anlegen der Kamera hier bereits auswählen, ob wir die Fehlalarm-Erkennung aktivieren möchten. Wir können diese einmal ganz normal aktivieren oder mit der zusätzlichen Prüfung der Regenerkennung oder wir haben auch die Möglichkeit, dies zu deaktivieren. Wenn Sie zum Beispiel eine Kamera inklusive PER-Sensor, also Wärmesensor und Software-Erkennung verwenden, dann sollte die Kamera so oder so keinen beziehungsweise kaum Fehlalarme erzeugen, sodass man diese nachträgliche Fehlalarm-Erkennung nicht unbedingt benötigt. Ansonsten bei Innenkameras empfehlen wir entsprechend diese auf aktiviert zu setzen, beziehungsweise bei Kameras, wo kein Regen vorkommen wird und sollten Sie Kameras haben, wo es tatsächlich regnen könnte, dann können Sie das mit der Regenerkennung aktivieren. Also das einfach auswählen, wenn Sie eine neue Kamera anlegen. Ansonsten, wenn Sie eine bestehende Kamera ändern möchten, dann gehen Sie einfach hier bei der Kamera auf Bearbeiten und dort haben Sie jetzt auch noch mal hier den Punkt Fehlalarmerkennung. Das heißt, wir können jetzt hier nachträglich einstellen, ob wir die aktivieren, deaktivieren oder mit der Regenerkennung aktivieren möchten. Das war es zum Aktivieren unter dem Menüpunkt Kameras und jetzt kommen wir hier auf den Menüpunkt Alarme, der sich auch standardmäßig öffnet, wenn Sie die Cloud sich anmelden und Kameras entsprechend eingerichtet haben. Und wir haben jetzt hier auf der rechten Seite gibt es jetzt eine neue Filterung. Standardmäßig werden Ihnen nur korrekte Alarme angezeigt, also alles das, was durch die Fehlalarmerkennung herausgefiltert wurde als richtiger Alarm. Wir haben aber hier auch die Möglichkeit, uns entweder nur Fehlalarme anzeigen zu lassen oder Alarme plus Fehlalarme. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal Alarme plus Fehlalarme auswählen und wenn wir jetzt hier ein Stück runter gehen, dann sehen Sie jetzt hier zum Beispiel, dass das hier ein Fehlalarm ist. Das heißt, hier war zum Beispiel vielleicht eine Lichtveränderung. Wir können das Ganze einmal laden. Alles, was Fehlalarme sind. Also hier haben wir jetzt nichts, was passiert ist. Und wenn es ein Fehlalarm ist, dann sehen Sie jetzt, dass es hier grau überlagert ist. Also wir haben so einen grauen Schatten über dem Video plus hier sehen Sie auch an der rechten Seite die Glocke, die durchgestrichen ist. Und daran können Sie eigentlich ganz schnell ein Fehlalarm erkennen. Und wie gesagt, standardmäßig werden nur die Alarme eingeblendet. Sie können sich natürlich aber auch die Fehlalarme anzeigen lassen. Und jetzt gehen wir hier, zeige ich Ihnen noch unter dem Menüpunkt Administration. Hier können Sie dann unter dem Unterpunkt Alarme jetzt individuell einstellen, was in der Cloud mit Alarmen bzw. mit Fehlalarmen passieren soll. Es ist so, dass Sie sich zum Beispiel bei einem neuen Alarm eine E-Mail schicken lassen können. Bei den Fehlalarmen ist dies standardmäßig deaktiviert. Sollten Sie aber auch bei Fehlalarmen eine E-Mail haben wollen, dann können Sie es natürlich hier auch entsprechend aktivieren. Ansonsten können Sie einstellen, wie lange die Alarmaufnahmen behalten werden soll. Bei Alarmaufnahmen macht es natürlich Sinn, eine jetzt hier zum Beispiel das auf zwei Wochen oder eine Woche zu stellen. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie viel Speicherplatz Sie zur Verfügung haben. Das heißt, wie viel Speicherplatz Sie in der Cloud gebucht haben. Bei Fehlalarmen können Sie jetzt hier zum Beispiel auswählen, dass diese sofort gelöscht werden sollen oder einfach, damit Sie sich nochmal das Ganze anschauen können, für ein oder für zwei Tage gespeichert werden sollen und anschließend werden diese dann gelöscht. Dadurch sparen Sie jetzt natürlich in der Cloud wichtigen Speicherplatz. Das heißt, dadurch, dass jetzt die Fehlalarme herausgefiltert werden und dann gelöscht werden können, früher als die normalen Alarmaufnahmen, haben Sie so entsprechend natürlich auch mehr Speicherplatz zur Verfügung. Der letzte Punkt, der jetzt auch noch eingestellt werden kann, ist die Geschwindigkeit, in der die Aufnahme angezeigt werden soll. Also die Geschwindigkeit, in der das Video abgespielt werden soll, beziehungsweise die Voranschau stattfindet. Das ist bei den Fehlalarmen standardmäßig etwas schneller eingestellt, einfach dadurch, dass bei einem Fehlalarmen die Chance gering ist, dass etwas Interessantes darin ist. Das heißt, man kann sich das im Schnellverfahren durchschauen. Sie können hier auch die Geschwindigkeit entsprechend anpassen, wenn Sie es langsamer abgespielt haben wollen, beziehungsweise natürlich hier auch noch beim Video. Das war es jetzt soweit zu dieser Fehlalarmerkennung. Es handelt sich dabei, wie gesagt, um einen komplett ausgeklügelten Algorithmus, der nochmal über das Video drüber läuft, um nachträglich zu schauen, ob es sich denn wirklich um einen Alarm handelt. Da der Rechenaufwand relativ groß ist, kann dieses Feature leider nicht direkt auf der Kamera laufen und ist dadurch nur in der Insta-Cloud-Plattform verfügbar. Sollten Sie noch keinen Cloud-Account haben, dann können Sie einfach auf die Webseite cloud.insta.de gehen. Dort können Sie sich kostenfrei einen Account registrieren und haben dann für 14 Tage einen Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung, um das Ganze zu testen und sollte Ihnen die Cloud zusagen, dann können Sie einfach Speichervolumen über den Insta-Online-Shop bestellen. Sie erhalten dann quasi einen Gutscheincode und damit können Sie dann 10 Gigabyte Einheiten in der Cloud freischalten. Sie können dann selbst entscheiden, wenn Sie mehrere 10 Gigabyte Einheiten bestellen, ob Sie damit den Speicherplatz erweitern oder verlängern möchten. Eine Speichereinheit ist quasi immer für ein Jahr, sobald Sie diese freischalten und nach einem Jahr entscheiden Sie selbst, ob Sie die Cloud weiterverwenden möchten oder nicht. So, jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der neuen Fehlalarmerkennung in der Cloud und wünsche Ihnen natürlich auch viel Spaß mit Ihren Insta-Kameras.